Gamescom ist jetzt 2020, 2021, nicht 2022 vielleicht wieder, ist halt eine Strecke die man auf sich nimmt, ist halt sechs Stunden der Bahn sitzen ist da schon, dann muss man Sitzfleisch haben, sechs Stunden hin und sechs Stunden wieder zurück, also insgesamt zwölf Stunden, nicht am Stück, aber das habe ich dann nochmal so gemacht, also 2019 habe ich das 2019, meine erste Gamescom, bin ich dann von Leipzig aus dann sechs Stunden mit der Bahn im IC, mit einem RE würde ich es nicht raten, weil da sitzt man dann noch länger, da hat man zehn oder elf Stunden, das dann in die Kuka fällt, also immer schon IC oder IC nehmen, die durchfährt, muss dann ohne Umsteigezeiten am besten hier mal ein bisschen beschleunigen schön bleiben Ja, und dann sechs Stunden hin, ich glaube am Freitag war ich auf der Gamescom zu Donnerheiz, so würde ich es auch zukünftig immer machen, Freitags auf der Gamescom den ganzen Tag, am Donnerstag, also das heißt am Donnerstag, früh morgens in die Bahn setzen, sechs Stunden fahrt, dann ist man am Abend, das ist man am Abend, am Nachmittag, am Abend in Köln, sechs Stunden, ich glaube so mittags, Mittagszug habe ich genommen, zu den 19, wenn ich dann zwölf Uhr Zug so genommen habe, erst mal 18, 19 Uhr in Köln, check in im Hotel, 18, ja ich glaube 18 Uhr war es, am nächsten Tag auf der Gamescom, jetzt können wir ja ein bisschen, können wir auf fast 200 fahren, ein bisschen Tempo, Schub Schub Das ist hier Freifahrtssträger 36 Kilometer haben wir noch vor uns Ich glaube da passiert nichts, muss wir es diesmal erreichen Ja, ich habe das privat mal hier gespielt Da habe ich mal ein bisschen Da war ich mal mutig und habe mal versucht hier mal auf 350 zu gehen, auf einer Strecke, wo man 210 fahren durfte Das ist der Zucker, der Geist Da geht nichts halt, ja Die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind nicht ohne Grund So, 100, fast 200 waren wir jetzt hier 200 Kamera Ja, das ist keine ECE hier schon Zuck durch die Lände, wie ein Pfeil Ja, war ich stehen geblieben in der Erzählung Freitag auf die Gamescom Den ganzen Tag Dann noch eine Nacht, zwei Nächte im Hotel habe ich dann übernachtet Einmal Nacht von Donnerstag auf Freitag im Hotel Oh, wir können Gummi geben Wir wollen ja auch ankommen Und dann Ja, am Samstag Freitag auf die Gamescom Samstag wieder zurück Samstag dann nochmal sechs Stunden Im Zug 18, 19 Uhr wieder in Leipzig Geschafft und kaputt Wie oft habe ich die Geschichte schon erzählt Sagt mir, wenn ihr es schon gehört habt Ich erzähle die ständig Immer gerne Privat auch Ansonsten Vielleicht bestimmt auch schon in einem oder anderen Themenvideo Minecraft oder so Ich erzähle das immer gerne Wie ich finde ich dann Wie ich am Samstag Nachdem ich also Ich war auf der Gamescom Jetzt konnte ich manchmal kurz Klein bisschen Bremse reinmachen 250 können wir hier düsen 2,45 können wir hier versuchen zu halten Man sieht es hier, wie die Landschaft vorbeizischt Man hört es auch Und dann saß ich am Samstag Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern Dann saß ich am Samstag Im Zug Im IC zurück nach Oder im IC zurück nach Nach Köln Nach Leipzig Von Köln nach Leipzig Dann kam mir im Zug Also ich Ich stieg ein in den Zug Nach meinem Koffer Und setzte mich dorthin Und als ich auf dem Platz saß Und als der Zug los war Fuhr Kamen mir die Tränen Das war halt einfach Es ist halt Es ist halt einfach Man ist auf der Gamescom Also es ist halt Ich hoffe, dass wirklich 2022 wieder jetzt Im nächsten Jahr wieder stattfindet Es ist halt Man ist auf der Gamescom Man ist dort Den Freitag Dort Nicht den ganzen Tag Aber 10, 12 Stunden Auf der Gamescom Es ist laut Es ist voll Es ist Es macht Spaß Dass man Also es ist Die ganze Und die ganze Palette an Gefühlen Also es ist Der Stress Der Der positive Stress Aber der Die Energie Und der Die Also Die Gefühle Die man eigentlich Auf der Gamescom Haben kann Ich sag das immer so Das ist Man hat gar keine Zeit Gefühle zu empfinden Auf der Gamescom Man geht Man geht durch die Gamescom Durch Man trifft Leute Man trifft Leute Die man vielleicht kennt 2022 Man erlebt viele Sachen Man spielt Spiele an Die bald offenbar Man freut sich drüber Das ist Man in der Indie-Arena Habe ich ganz viele Tolle Spiele Habe ich sogar Man hat sogar Ein Entwickler geredet Das sind halt Sachen Die man Und sagt man Das ist halt Alles zu viel Für diesen Moment Man wird überflutet Man sagt Es ist halt Es prasselt Alles auf einem Ein Und man hat halt Alles Die ganzen Sachen Auf einmal Und man hat gar keine Zeit Keinen Platz Für Emotionen Und Gefühle Und in der Moment Dann am Samstag Nach der Nach der Gamescom Freitag war ich Auf der Gamescom Und dann Saß ich Am Samstag Und dann Ja Kam sie halt Alle auf einmal Das was sich halt Angesammelt hat Wozu man dann Auf der Auf der Messe Keine Zeit hatte Es ist wie so Ein kleiner Stau Wie man halt Sozusagen Das ist halt Man dann aktiv Da läuft man so Ein bisschen gefühllos Durch die Messe Und dann Keiner zählt sich Mit Emotionen Mit Gefühlen Auseinanderzusetzen Dann sitzt man Dann sitzt man Am Zug Und halt dann Wieder zählt sich Mit den Problemen Mit den Problemen Nicht Das ist halt Das ist die Freundentränen Habe ich da Geweiht Als da am Zug Saß Dann ist so Ich saß Und suchte Der Zug Der Zug Fuhr los Aus Köln Und Ich hab Rotz und Wasser Gehört Könnt ihr mir glauben Das ist einfach So ein Es ist einfach So überwältigend Und man hat Auf der Gamescom Gamescom Ist so eine Geile Sache Das ist Man ist dort In lauten Vollen Hallen Und man hat Einfach Man guckt Einfach wie man Das ist ein Überlebenskampf Und das ist halt Einfach Man guckt Dass man irgendwie Überlebt Das Ding Und dass man da Da sind die Emotionen Für das Letzte Was man da Hat 12 km Noch Da sind wir gleich Da In Köln Hauptbahnhof Oha Muss hier ein bisschen Auf die Bremse drücken Schön Auf der Geschwindigkeit Bleiben Das Wochenende Ankommen In Köln 11 km Aber noch Sind wir gleich da 244,45 Sachen Fahren wir jetzt gerade Ja doch Der Urlaub Der Urlaub War auch Der Urlaub Dieses Jahr In Köln War auch Einfach Fantastisch Das ist einfach Das war Das volle Touristenprogramm Hab ich Durchgezogen Habt ihr ja Einen kleinen Zusammenschnitt Auf YouTube Gesehen War natürlich In der Woche Dort Ihr habt Auf YouTube Natürlich nur Ein paar Minuten Gesehen Die Halide Die ich mit Gefilmt habe Mit dem Handy Und Mit der Kamera 6 km Noch Gleich da Müssen wir gucken Dass wir nicht Durchfahren Das war nicht Versehentlich Nur durch Das ist nur Wieder in Aachen Das klappert aber Unschön Ein bisschen Auf die Bremse Oha Aber hallo 2,2 km Ich bremse Ja schon Nur nicht stehenbleiben Ein bisschen Gas Können wir noch Geben Köln Sehen wir vielleicht schon die ersten 2,5 km Da müssten wir schon Die Anfänger von Köln Zählen Oha Auf 70 runter Aber schnell Ah Ich sehe den Dom Lösen Und fahren Wir stehen ja fast Äh ja Sorry Kleiner Zwischenstopp Um mal die Landschaft zu genießen Wir sind gleich da Oh die Brücke sieht aber hängen aus Schaffen wir das Ah das ist knapp Ich sehe schon den Kölner Dom Lassen wir dein Dom Und höh Ich sollte nicht singen Denn du Hörter hin Ach ja Köln Ich mag Köln Das ist eine tolle Stadt Bin ich immer wieder gerne Zu Gamescom Hoffentlich bald wieder Wenn sie mal stattfindet Wenn der scheiß Corona Eigentlich vorbei ist Das Drecksding Keiner mag dich Corona Zum Urlaub Aber auch zu Gamescom Bremsen Wir müssen wahrscheinlich noch langsamer fahren Da ist die Bahnhof Da müssen wir einfahren Da ist der Dom Oha Da müssen wir bremsen Langsam in die Bahnhof ein Noch ein paar Meter Hier Können wir das noch hingerollt Müssen wir 10 km Hardener kommen 200 Meter hier noch Na komm Sag nicht Aha Okay Zubremsen wir fest Da man nachts Das ist die Bahnhof Da ist es auch Das ist die Bahnhof Und jetzt. Bremse rein, bremse rein, bremse rein. Bremse, bremse. Anfänger. Muss jetzt mal eingepunkt werden. Der Anfänger ist zum Start. Am 20 Meter noch. Der Anfänger ist zum Start. So, Türen und Triegeln. Die Leute wollen aussteigen. Links öffnen. Alles aussteigen. Ich weiß nicht, wie ich aussteige. Könnte ich auch aussteigen. Sie wird gern. Zu Fuß erkunden. Ich bin gefangen. Ich habe es einsteigen lassen. Wie? Aussteigen. Ich habe Feierabend. Ich fahre nicht mehr weiter. Ich bin dann gekommen. Schön verriegeln. Hm. Irgendeinen Knopf gab es doch hier zum Aufstehen. Mhm. Mhm. Ich knohte meinen Magen ein bisschen. Hinten. Hinten. Sließvorgang eingeleitet. Aha. Klapp, 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 klapp. Ich kann nur nach die Außenkameras gucken. Jetzt ist unser Zug in den Mountbahnhof Köln, sehr schön, ich kann nicht mit der Steuerung zu rechts, hier fährt der Kollege gerade raus, okay, ja, Zeit benötigt. Ah, hier mein Level steigt an, okay, ja, ich habe versucht Tempo zu fahren, das ist mir nicht immer so gelungen, aber ja. Hm, Reise fortsetzen. Freispiel, ich finde jetzt auch nochmal herausfühler, ach hier, das sind Kameras, jetzt können wir die Kölner Dom besuchen. Oh, okay, aufgestanden. Ich mache jetzt Urlaub in Köln, tschüss Leute. Ich mache Feier und gehe den Kölner Dom besuchen. So sieht das hier aus. Sehr schön. Oh, hier sind schon Leute dran. Ich bin raus. Wo geht es hier rüber? Die erste Meile gegangen, sehr schön. Auf zum Kölner Dom. Ah ja. Ein bisschen zu Fuß am Kunden. Oha. Was ist denn das hier? Schotter auf den Treppen. Meine kleinen Hauptbahnhof habe ich aber anders in Erinnerung. Das sieht aber anders aus. Definitiv. Ach, scheiße. Ich habe mich erschreckt. Ich komme hier nicht raus. Ach, nö. Ich will den Feierabend machen. Eine unsichtbare Wand hält mich davon ab. Da drüben steht mein Zug. Ah ja. Dach der Herr. Da war der Kölner Dom. Seine Pracht. Um das Geländer springen. Aber ziemlich ruhiger Verkehr hier in Köln. Gerade. Mhm. Dann laufe ich halt hier ein bisschen. Oha. Okay. Stadterkundung. Oder auch nicht. Tag. Domplatte besuchen. Ah ja. In dem Museum war ich. Äh. Da komme ich bloß nicht hin. Da komme ich bloß nicht hin. Da geht es rüber zur Rheinbrücke. Oder zur Rheistie. Rheistie zu. Irgendwie anders hieß die hier. Und der Dom. Kommen auch nicht hin. Kommen auch nicht hin. Ah. Es sollen die Treppen sein. Hier. Das ist aber sehr minimal das Tisch gehalten hier. Zerbrücke muss man natürlich. Äh. Okay. Zerbrücke muss noch hin. Fürcht ich habe mich verpackt. Kommen nicht mehr zu meinem Zug zurück. Ah. Okay. Ich glaube ich laufe hier wo lang kommen, wo man gar nicht lang laufen sollte. Da hoch komme ich nicht mehr. Stufen zum Dom. Schaff es gleich noch in den Dom rein. Die Treppen sind doch eher dort. Hier zum Dauerhof hin. Okay. Hier natürlich eine Baustelle. Polizei man kennt es. Hier ist der Gasse. Hier fahren Leute. Hier fahren die Autospur. Fährt auch nicht direkt rein. Gut. Ähm. Damit bin ich in den Dom. Wir sind angekommen. Und hängen jetzt hier unten fest. Ich will nicht mehr nehmen. Ah. 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 Auf! Ah. Untertitelung des ZDF, 2020